So, heute mal wieder ein neues Video und ich wollte euch mal zeigen, wie man einen Stuhl lasert. Der ist 120 mm hoch, sogar ein bisschen mehr, fast 130 mm, breit, knapp 80 mm und in der Tiefe, ja, hat er auch, genau. So, das ist der Stuhl, könnt ihr ihn nochmal sehen. Das ist der Laser, so, und das ist der Computer, dann machen wir einmal Start, so, lasst euch nicht erschrecken, es wird ein bisschen lauter, jetzt könnt ihr gleich sehen, warum, ihr seht bestimmt den Qualen, jetzt mache ich die Lüfte an, wollte ich mich ja nicht ersticken hier. Cool. 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 So, wie soll das Das war ein Seitenteil, das nächste Seitenteil. Das war's für heute, das war's für heute, das war's für heute. Und das ist jetzt der Stuhl, gelasert in, na kann man es sehen, genau zwei Minuten. Tja, das war es.